So Leute, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt die Wand durchgeschlagen, sind im neuen Raum, schauen es ein bisschen um und sollen die Augen aufhalten. Ist nur die Frage, was ist das für ein Raum? Auf jeden Fall kein schöner Raum. Nein, Lee. Ich könnte ein besserer Freund sein, ein besserer Vater, ein besserer Freund sein. Also, lass uns hier ein Weg herausfinden, holen wir die kleine Mädchen. Wir sollten uns gehen. Wir haben nur noch einen Schuss leften. Lass uns die Raum umsetzen, bevor wir weitergehen. Lee, herausfinden, wo wir gehen. Okay. Jo, das habe ich vor. So. Hard to believe the world once felt this peaceful. Okay. What do you call this thing? Art? Hm. Might be the way out. Okay. Mal so ein bisschen testen. Hm. So, das große ist der Park und ja nicht, ne? Nothing other than personal items in here. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Ich habe doch nicht nur dauernd davon gehabt. ilгу. My 제가 Leon did this to you, but I legit sus kellet or I don't accept it. Woah, I genau so can. Let's keep going. Be careful up here. They haven't learned how to climb right? So, jetzt sind wir da oben auf dem Dach, äh, und bleibt kein blassen Dunst, wie wir hier herunterkommen. Wir müssen irgendwie das Hotel finden. Es ist gut, dass wir gehen können. Du bist gut. Ich bin nicht, aber ich versuche, Mann. Was ist passiert? Ernesthaft? Wie viele Nachts Kat und ich in der R.V.? Und sie wird mir verdammt, um nicht zu denken über die resten. Alle, jede Nacht. Hast du das Walkie Talkie? Ja, natürlich. Was haben wir gesagt? Wir wollen ihm eine Anruhe und sagen, dass wir für ihn kommen. Ja, genau. Wichtig. Ja, ja, da unten steuern sie lang. Da steuern sie rum. Ja, richtig schon Augenringe hier, der Typ. Möge, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich muss mich nicht sagen, dass du zweitest. Wir gehen, du lachen von Lolligagern. Oh, scheiße. Ja, ich bestimmt nicht. Ja, was kann ich davon, die da immer runterspringen? Wir sind irgendwie. Bringt nix, ach echt? Du brauchst was stabiles, ja das ist so, die klugen Worte hier, ich kann nicht mal über ein Stück normales Holzbrett drüber latschen oder was? Kommt da auch nicht rein? Ich brauch irgendwas, irgendwas, irgendwo. Scheiße. Da ist was. Da haben wir was. Das muss ich auch noch selber ziehen. Scheiße. Oh oh. Gar nicht cool. Kommt. Sind doch einfach die Eisenstange. Ja. Ja. Oh fuck. Scheiße. Get Kenny. 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 You gotta run man, go. We'll find a way to get you. Come back. Why do we get you? I'll get you. I'll get you. I'll get you. Nah, Kenny. Kenny. Oh man. No, no. Sie haben Kenny getötet. Ah, scheiße. Kenny. Kacke, Mann. Halleluja. 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 Da waren es nur noch drei. Und 500. 1000. 200. Okay. Do you want to talk? Kenny was my friend. As soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. They get to now our moratorium at least. I understand. This is a shitty time. I want to make sure we're clear before we go forward. Was ist das? Clementine. Ich weiß, Kenny war dein Junge. Ja? Wenn es zu Clementine kommt. Na ja... So, jetzt muss er erstmal nur überhaupt retten, Leute. Na ja, zumindest sieht es nicht aus wie eine Todesmacht. Wer geht zuerst? Du bist der Schmerz. Er hat eine Bustelung und du bist auch noch zu gehen. Obwohl ich nicht so früh schlafen kann. Die Entscheidung ist nicht so. Ich gehe zuerst. Wenn du da etwas passiert. Sonst hätte ich das nicht gesagt, oder? Leute, Leute, Leute. Hört mir zu. Dein armischer Bandit. Ach Gott, was ein Scheiß. Nog. Ja, als ich gesagt habe. Nog. Nog. Ja. Wie gesagt. Nog. Ja. Nog. Ja. Ja. Nog. Nog. Du bist okay? Ich werde etwas herausfinden. Es gibt nicht viele Optionen. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, was wir hier können. Alles klar! Es ist Fock, Lee! Fock, es. Ich gehe für ihn. Gehe für ihn? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich bereits gebeten bin. Ich nur muss mich durchführen. Was der Fock? Vielleicht hast du es schnell genug. Vielleicht wird es gut. Ich kann nicht mehr Zeit verlieren. Ich kann nicht mehr Zeit verlieren. Ich kann nicht mehr Zeit verlieren. Wir treffen uns außerhalb der Stadt. Auf dem Busch. Bist du nicht? Es ist der einzige Weg. Du hörst mich? Ja, auf dem Busch. Jesus. Wir werden da sein. Warum krabbelt eigentlich nicht hoch? Sondern runter? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Ist doch das Wahnsinn. Mit dem Fleischerball? Der RkaSíNs fällt auf! Mit dem Fleischerball? Mit dem Fleischerball? Schön mit dem Fleischerball durchgelatscht! ja was war das na dann dann war das kurz fertig müssen wir doch mal neu durchlatschen das leben ist hart ach du scheiße stitzen nur das fächte schwer zu holen So, Leute. Nennt mich den Schlachter von Savannah. Nennt mich Das ist doch eigentlich ein guter Name für diese Folge. Schlachter von Savannah. Jetzt sind wir schon beim Haus. Es ist ruhig. Zu ruhig. Irgendwie höre ich gar nichts, ne? Echt bisschen scheiße. Hallo. Hallo. Das würde ich auch ziemlich verdächtig allein schon finden, dass hier eine Schnur ist. Wer ist das? Wow. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Ach, jo. Ist alles echt ganz lässig. Scheiße. Put your things down. Let me out. Who's out there? Scheiße. Quiet please, sweetie. Your things. There. Ja. Keine Ahnung. Wer ist das jetzt? Den kenne ich überhaupt nicht. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Okay. Nun wieder uns mal schön groß und breit erklären, wer er eigentlich ist. Das Ganze aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein.